Hey Rail Riders, heute habe ich mir mit Paola und Skittle geschnappt und bin zu Marina an den Stall gefahren. Dort wollten wir ein bisschen reiten und kaum ausgeladen, haben wir auch direkt gesattelt. Ich hatte natürlich tatkräftige Unterstützung von Marina. Wie cute schaut Paola da bitte. Dann wurde noch kurz gekuschelt und dann ging es auch schon los mit Reiten. Ich bin zuerst die Paola geritten und momentan steht erstmal so ein lockeres Aufbautraining an, weil beide ja, also Paola und Skittle, im Winter nicht allzu viel getan haben. Und genau, dann bin ich auch schon den Skittle noch geritten, der das auch ganz brav gemacht. Beide Ponys waren heute echt gut. Dann hatte ich aber tatsächlich noch Lust, ein bisschen mit Halsringen zu reiten. Deswegen hat Marina mir den dann gebracht und Skittle die Trense ausgezogen. Dann sind wir noch ein bisschen mit Halsringen gecruised und ja, dann war tatsächlich auch schon wieder Feierabend für die zwei. Wir haben sie fertig gemacht, mit Bellamy noch kurz Hängertraining gemacht. In der Zeit haben Paola und Skittle hier gechillt und gewartet. Und dann haben wir sie schon wieder für den Transport vorbereitet und es ging ab nach Hause. Inka hat uns schon sehnsüchtig erwartet. Dann habe ich sie ausgeladen und sie durften zur Belohnung noch ein bisschen Gras fressen. Und dann habe ich noch was mit Inka gemacht. Und dann habe ich sie ausgeladen.